ja der meloni der hat eine sehr gute idee aber in den nächsten wo das sind ist gar nicht warum keine ahnung irgendwo hier neben dein haus auf ja ja also ich hätte 112 obsidian so ist es jetzt nicht was wird das jetzt ein portal machen wir aber wenigstens und das muss so sein das ist eine spontane folge von keine ahnung was michael fred world leute und herzlich willkommen zu anderen folgen mit dabei ist der meloni und ich darauf gekauft habe weil er hat immer noch keine lust so folge ist sehr schön und standen so jetzt nur noch glück ja es ist an als wenn als wenn hier hast du dann aber einmal wieder ich denke da kommst du mit so haben wir wenigstens auch keine gold probleme sieht das hässlich aus natürlich immerhin nicht flach da oben ist gelaufen sondern pikern da oben ist noch ein gas ich habe ich gerne dabei suchen über den stack erde woher auch immer wo gehen wir jetzt hin wo willst du hingehen weiß ich nicht wo müssen wir hingehen ich würde sagen darunter weil da ist klar ich gehe da hin was brauchen wir überhaupt aus dem wieder köpfe ach stimmt unsere mission ist ja vorverrägen und ja alles im leben verlieren glaubst du ich schaffte ich überlebt das jetzt mit strom den sprung ja wenn du schaffst und natürlich auch spro zu platzieren da ist ein pik denn ich mit dem train kann wenn du kalt hast du reißt du mich an wenn du gold sag hast du genau ein goldbaum ich bin ja auch schon wieder da ja ich bin tot alles klar hatte es nur eine mission bei uns in der oberwärts soll sie mitnehmen aber der trade nicht doch nie wenn ich im gold hinwerfen shopping gold sagt das guckt er sich dann an fünf minuten lang macht er nicht das nicht sicher dass es ein pk drin ist oder ein pikmen es kann auch sein ach keine ahnung ich doch ja was weiß ich irgendein pik ist es kritisch rechts aber auch nur als haben wir wenigstens ein pikmen als haustier ich konzert aus zur Höhe das war mir die man als Haustier das ist aus dem Leben ja nie ich fand ich krieg diesen Menschen doch natürlich kann ich das das ist ein Lebewesen in der uns die Katze ist auch ein Leben das ist ein intelligentes Lebewesen die Katze ist auch ein Legender als ich alles ist ein Legender als du also rein ist nicht die Katze das Haustier sondern du bist das Haustier Intelligenz Bestie ich hab ja was gefunden für dich ich hab was gefunden für dich es wird lustig sein ich hab Quarz na und ich hab was schöneres das ist mir egal ich pass warum hab ich fast ein Stink verrotte das Fleisch keine Ahnung warum hab ich hier ich lauf hier grad nur Kreis fällt mir grad auf Päden gibts wie Sand am Meer hä? äh ui ui Glow Stein Figmen gut das war's für diese Folge haut da rein und schau Leute was? hab ich den Figmen gesehen? also ne weil die nachfolge vorbei ist wo bist du denn da? wir waren im Neto? fertig also wieder ein Pikmen die Pikmen greifen mich aber an wenn ich keine Goldsachen hab ja also Pikmen Pikmen nicht Intelligenz Bestie ja ich hab blaues Feuer entdeckt ich hab blaues Feuer entdeckt oh ich hab irgend so ein Knochengerüst gefunden was ing hä Eier Eier? Knochengerüst Eier? Knochengerüst Eier das baue ich jetzt ab warum nehm ich mit und dann? keine Ahnung habe ich Stroh? ich hab Stroh ja ich doch ich hab immer Stroh ja du bist Stroh was werff ich denn hier weg? was werff ich denn hier weg? ja das obf äh ich bin zu Lust das ist eine lüge applaus feuer soll ich sag mal schon mal so ist das andere sobald ich der fessung gefunden habe werden wir da die schäle abformen also ein halbes seit wann gibt es die skelette schon immer das war ein skelett ich nenne diese folge ich habe fessung von sand am meer sand am meer muss man was meinen truhen lagern wie ich dabei habe meine truhe reicht nicht aus so viel müll wie ich dabei habe du bist so wird das skelette wo seid ihr aber zum glück habe ich ja mein geheimgang den geheimgang der nicht existiert einmal einen schutt machen hast du in die blöcke braucht ich vielleicht bräuchte ich vielleicht doch mal wenn ich wüsste wo ich die jetzt hin getan habe keine ahnung ich bin auch so eine intelligenz bestie weißt du das deine katze ja das wusste ich hey hey so geil wie dein haus und nur noch der hälfte da ist also ich repariere meins wenigstens so wissen muss gleich tp meloni hallo eine schreckliche festung die festung ist riesig die ist echt riesig da komm mal raus hier du fischkopf wer ich ja gucke das ist wenn ich dich jetzt schlage okay damit ich in ruhe bauen kann du sagst ey die film ich mal ich habe keine pfeile mehr ich habe die zu hause gelassen okay sollt ich dich tp'n ja sollt ich nee warte warte ich habe mich da einfach so abgelehnt oh siehst du zum absender das macht man mit erde dann lass mich kurz weg aua scheiße ich habe die Flöcke ich habe nicht soll ich dir welche geben ja gut Ich hol mir mal, warte, ich hol mir kurz meine, meine Dings Brauchen doch nur wir das Junge Bist du bescheuert Auf gehts, wieder zum Anfang, würde ich sagen Ich kriege Kopfschmerzen da durch Jetzt kann ich dir kurz was zeigen, guck mal Warte Hey, der soll was an der Stelle mal wieder kommen Danke Ne, mal wieder Hä? Mach wieder zu Mach zu Ja? Jetzt auf Warte Warte Warte, so Nein, jetzt ist der Pilz mit abgebaut So Ach, der baut sich von alleine ab, der Knecht Soll ich dich teleportieren? Warte Warte Ey, ne, jetzt mal wirklich alle, was hast du mit dem gemacht Und? Und? Hm, die hat kein Bock zu wachsen, geil Warte, ich hab Warte, ich hab Bon mir Ja, ja, warte, kage Oder wir soll das so Ah, jetzt Lol Lol Leila Ich hab' aber solche Pilze wachsen lassen Lol, das ist ja geil Der bleibt jetzt hier Der bleibt jetzt hier Der hat so einen Pilz wohnen, ist bestimmt auch geil Ok, let's go Ok, let's go Scheiße, der Zombie ist hier drin Nein Danke Ach maaaann Was fällst du auch in die Lava, ey? Halt, chill Chill Im Nähtag klopfen wir uns dann Nein, nein Das ist gut Kann halt nicht Aaaaaaann Das ist so idiotisch Ja Wo bist denn du jetzt lang gegangen überhaupt? Ja, das wüsstest du so wirklich, ja Ja, das wüsstest du wirklich gerne Ja, das wüsstest du wirklich gerne So, hier bin ich Wo bist du? Der Ficken greift mich an Scheiße, der kann ja gar nicht im Lava sterben Wo bist du? Auf der Brücke Wo bist denn du? Auf der Brücke Da Kommen sie mit Alle Piglins sind jetzt aggro auf mich Hm Du bist so fett, ey Du passt einfach nicht zu zweit auf einem Block Okay Scheiße 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 Alle, das war schweig Ach wow Na toll Scheiße Ach wow Mann 6DB Melon Yoshi So, kommen sie mit Und zwar, wir müssen hier lang Dann einmal hier so, dann hier so, dann hier so Dann einmal hier abbiegen So So Dann hier so, dann hier so, dann hier so, dann hier so, dann hier so Dann, die Gassier bewundern Ah, das ist klar, wie sie wohl Nochmal sinnlos, Fallschaden holen, okay Dann hier so, dann hier so, dann hier so Äh Dann da hin Äh, egal Okay Dann, brauchen wir nochmal Blöcke Dann nicht sterben Fuck intersect Ich sag doch so, nicht sterben Dann hier so, dann hier so Dann hier so, dann hier so Dann hier so, dann her so dann hier so Dann hier so, dann hier so Vielen Dank.